Happy New Year! Der Dornbirner Marktplatz ist zu Silvester, der Treffpunkt Nummer 1. Pünktlich um 24 Uhr wird hier mit dem Donauwalzer in das neue Jahr hineingedatzt. Und dann gibt es noch ein spektakuläres Klangfeuerwerk. Wir freuen uns also auf eine atemberaubende Silvesternacht. Also Happy New Year! Doris, bist du ein Silvestermensch? Ja, bin ich schon. Also richtig Vollgas? Ja, Vollgas. Genieße und das neue Jahr in den Vierer. Lisa, die Ex-Miss Breidelberg ist auch hier. Kann man hier richtig gut Party machen auf dem Dornbirner Marktplatz? Auf jeden Fall. In meiner Heimatstadt kann man immer super Party machen. Da muss es natürlich schon für mich Pflicht, hier auf den Marktplatz zu kommen. Und hast du dir was vorgenommen für das neue Jahr? Ja, halt auf jeden Fall mal mehr Lernbüttelschule. Und sonst, ja, eigentlich bin ich ziemlich zufrieden mit dem letzten Jahr gewesen. Anja, Lena und Judith haben wir hier. Was habt ihr euch vorgenommen für das neue Jahr? Ja, ich wünsche euch vor allem viel Glück fürs neue Jahr. Auf einen erfolgreichen Schulabschluss. Und dass es viel Spaß kann auf unsere Matura reisen. Party, Mann! Summer Splash Party! Party, 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 Party! Alle Menschen lieben und sagen, das was sie sind, das sind sie. Aber ich glaube, das machst du eh. Und auch wir von Voller T wünschen euch ein frohes neues Jahr. 2011 10, 9, 8, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 Frühes neues Jahr 2011 2 1 2 3 4 5 5 6 10 10